Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Labervideo. Ich wollte nämlich bloß sagen, dass übermorgen das Unboxing von den Apple Earpods kommen wird und am Montag wird das Unboxing von meinem neuen Stativ kommen. Da werde ich auch im Media Markt durchs hohe vloggen. Ich hole mir nämlich am Montag diese Stativ und dann wird auch das Unboxing, also kein richtiges Unboxing, bloß ich habe noch eine neue Speicherkarte für meine Kamera. Die hole ich mir dann auch beim Media Markt und wie gesagt, ich vlogge auch im Media Markt. Diese Speicherkarte hole ich mir. Der Vlog wird am Montag noch online gehen. Das Unboxing vom Stativ und das Unboxing von der SD-Karte wird wahrscheinlich am Dienstag oder vielleicht auch am Mittwoch kommen. Und das Review zum Stativ, weil das ist auch wieder ein Hammer und ich habe ja jetzt den Hammer Star 100 und das wird der Hammer Star 62. Mein Hammer Star 100 ist jetzt nicht so groß wie der Hammer Star 62. Der ist nämlich 1,60 Meter groß. Da kann ich dann viel besser damit die YouTube-Videos drehen und die SD-Karte. Da habe ich halt Speicherprobleme, weil ich benutze jetzt eine 16er. Da geht zwar noch was drauf, aber wenn ich jetzt mal so längere Videos mache, muss ich die dann nachher auch wieder von der SD-Karte löschen. Und da habe ich mir jetzt eine 32er Mikro. Das sieht man ja am Bild. Und deshalb wollte ich einfach nur sagen, wann die Videos kommen. Ich kann jetzt nicht so genau die Videos sagen, wann die genau kommen, aber ihr werdet es dann schon sehen. Danke fürs freundliche Zuschauen. Am Montag wird nur der Vlog vom Mediamarkt kommen, weil mit dem Schnitt wird wahrscheinlich erstes Unboxing am Dienstag kommen. Bis zum nächsten Mal.